Paraguay. Das außergewöhnlichste Land Südamerikas? Willkommen zu unserem Video über Paraguay. Das Land, das oft als das ungewöhnlichste und exotischste in Südamerika bezeichnet wird. Paraguay liegt mitten in Südamerika und ist zusammen mit Bolivien, eines von nur zwei Ländern auf dem Kontinent, ohne eigenen Meereszugang. Diese geografische Besonderheit hat Paraguays Geschichte, Kultur und Wirtschaft stark beeinflusst. Doch trotz der fehlenden Küste befindet sich Paraguay in einer der ressourcenreichsten Regionen Südamerikas, was dem Land besondere Vorteile bietet. Die natürliche Vielfalt Paraguays Paraguay ist gesegnet mit dichten Wäldern, weitläufigen Savannen und einem einzigartigen Netz aus Flüssen und Sümpfen. Der größte Teil der Flüsse Paraguays ist schiffbar und spielt eine wichtige Rolle für den Handel. Besonders bedeutend ist das sogenannte Guarani Aquifer, das Paraguay mit Brasilien, Argentinien und Uruguay teilt, eine der größten Süßwasserreserven der Welt. Umweltprobleme und Herausforderungen Doch Paraguay steht auch vor großen ökologischen Herausforderungen. Deforestation, Abholzung, Wasserverschmutzung und die Zerstörung natürlicher Lebensräume gefährden die Biodiversität des Landes. In diesem Video erfahren Sie, warum Paraguay eine der faszinierendsten Landschaften Südamerikas besitzt und wie das Land seine natürlichen Ressourcen klug für die wirtschaftliche Entwicklung einsetzt. Warum Paraguay ein Land, der Extreme ist Die Republik Paraguay grenzt an Bolivien, Brasilien und Argentinien und erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 400.000 Quadratkilometer. Dies macht Paraguay größer als viele europäische Länder wie Italien oder Deutschland. Mit einer Bevölkerung von fast 7 Millionen Menschen ist das Land in 17 Departements und die Hauptstadt Asunción aufgeteilt, die allein mehr als 40% der Bevölkerung beherbergt. Eine besondere kulturelle Besonderheit Paraguays Es ist eines der wenigen Länder in Amerika, das offiziell zwei Sprachen anerkennt, Spanisch und Guarani. Mehr als 70% der Bevölkerung sind zweisprachig, was Paraguay kulturell einzigartig macht. Ein Großteil der Paraguayer wechselt oft und natürlich zwischen Spanisch und Guarani in alltäglichen Gesprächen. Die Rolle der Flüsse in Paraguay Obwohl Paraguay kein Meer hat, bieten die schiffbaren Flüsse Zugang zum Atlantischen Ozean. Dies hat den Handel erleichtert und Paraguay wirtschaftlich mit der Welt verbunden. Besonders der Paraguay-Fluss, der das Land in zwei geografisch und kulturell unterschiedliche Regionen teilt, ist eine wichtige Lebensader. Zusammen mit dem Paraná-Fluss bildet er eine der wichtigsten Verkehrs- und Handelsrouten Südamerikas und verbindet Paraguay mit den internationalen Märkten. Die Region Oriental, östlich des Paraguay-Flusses, ist das bevölkerungsreichste Gebiet Paraguays. Diese Region ist das wirtschaftliche Herzstück des Landes, das landwirtschaftliche Betriebe, Industrie und kulturelle Zentren beherbergt. Hier leben etwa 97% der Bevölkerung. Die Region ist bekannt für ihre fruchtbaren Böden und ihre vielfältige Flora und Fauna, die jedoch durch Abholzung, Erosion und den Einsatz von Chemikalien stark bedroht ist. Die Region occidental, auch als Chaco bekannt, liegt westlich des Paraguay-Flusses. Diese Region ist weitaus dünner besiedelt und geprägt von extremen klimatischen Bedingungen und einer rauen, trockenen Landschaft. Der Chaco beherbergt jedoch eine bedeutende indigene Bevölkerung und zahlreiche einzigartige Tier- und Pflanzenarten, die sich an die besonderen Bedingungen angepasst haben. Der wirtschaftliche Nutzen der Flüsse für Paraguay Dank der bedeutenden Flüsse wie dem Paraguay- und Paraná-Fluss hat Paraguay auch als Binnenland eine Verbindung zum Atlantik. Der Hafen von Vileta, südlich von Asuncion, ist der größte Flusshafen des Landes und ein Drehkreuz für den Export von Waren. Die Nähe zu Brasilien, Argentinien und Uruguay ermöglicht Paraguay zudem die Nutzung der Itaipu und Yacirita-Wasserkraftwerke, die gewaltige Mengen an Energie produzieren. Itaipu, das zwischen Paraguay und Brasilien liegt, Paraguay ist eines der größten Wasserkraftwerke der Welt und deckt über weit 70% des paraguayischen Energiebedarfs. Paraguay ist ein faszinierendes Land voller natürlicher Ressourcen, einzigartiger geografischer Merkmale und einer reichen kulturellen Vielfalt. Diese Vielfalt, kombiniert mit wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten und den Herausforderungen des Naturschutzes, macht Paraguay zu einem spannenden Ort, um mehr über die Zusammenhänge zwischen Natur und Wirtschaft zu lernen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um kein neues Video zu verpassen. Was hältst du von den Besonderheiten Paraguays? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare und lass uns wissen, welche Themen dich noch interessieren.